Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es wieder um Feststoffe. Teil 2 – Kohlenstoff Das chemische Element Kohlenstoff mit dem Symbol C ist einzigartig. Aus diesem Grund habe ich Ihnen einen extra Teil unter dem Begriff Feststoffe gewidmet. Als Vorkenntnisse solltet ihr bereits die Videos über Aggregatzustände, Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe Teil 1 gesehen haben. Ziel des Videos ist es, euch einen Einblick in die Vielfalt der Modifikationen und Verbindungen des Kohlenstoffs zu liefern. Das Video ist untergliedert in die Abschnitte. 1. Modifikationen 2. Diamant, Grafit und Fullerene im Vergleich 3. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com – gute Bildung, zu Hause!